Ist meine Kreditkarte in deiner Hosentasche? Hosentasche Anmachen Schüssel Anzeige Ist das Geld in deiner Handtasche oder deiner Hosentasche? Ich habe alles zum halben Preis gekauft. Ich habe alles zum halben Preis gekauft. Ist die Mehrwertsteuer immer im Preis enthalten? Ist die Mehrwertsteuer immer im Preis enthalten? Was ist im Preis enthalten? Ich habe die Küchensachen zum halben Preis gekauft. Ich habe den Topf zum halben Preis gekauft. Halten Halben In Deutschland ist die Mehrwertsteuer im Preis enthalten. In Deutschland ist die Mehrwertsteuer im Preis enthalten. Bauer Bauer Wie hoch ist die Mehrwertsteuer in Österreich? Ich habe nur meinen Ausweis in meiner Hosentasche. Ich habe nur meinen Ausweis in meiner Hosentasche. In meiner Ausweis in meiner Hosentasche. Die Mehrwertsteuer ist die Mehrwertsteuer im Preis enthalten. Hast du 5,25 Euro dabei? Alles zusammen kostet 100,20 Euro. 1,20 Euro. 1,20 Euro. Euro 45,10 Euro bitte Das macht 82,35 Euro Das macht…